Grüß euch, liebe Fans und Freunde von Musiklaus und alle Leute, die mich da draußen kennen oder auch nicht kennen. Ihr wisst es alle, ich brauche dir nicht viel erzählen. Wir sind jetzt nicht in einer leichten Zeit. Es ist eine Krise, wo sich keiner träumen hätte lassen. Aber wir müssen das alle gemeinsam bewältigen. Es trifft an jeden. Und so schlimm wie die Situation ist, muss man sagen, holt es an jeden auf den Boden der Tatsachen zurück. Nur gemeinsam kommen wir da durch. Ich wünsche euch alles Gute, viel Glück, viel Gesundheit. Und für alle, die das leider nicht erlebt haben, gebe ich trotzdem einen musikalischen Gruß. Und das Stück heißt Echo der Berge. Und ich habe jetzt das in meinem Studio soweit ein Halbplayweg vorbereitet und eingespielt. Aber die Palmflöten, die spiele ich natürlich live dazu. Viel Vergnügen. Musik 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 Bleibt soli gesund